Ich bin ein richtiger Baum-Magnet, ne, wie ich das hasse. Richtig Baum-Schmuse, die Schnauze. Moin Moin und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Custom-Maps-Folge. Und zwar mit Bolek und Johnny. Wir haben heute mal die Tron-Bikes auf einer Map, die sich einfach nur Tron nennen. Ich bin sehr gespannt, wie die aussieht. Bisher sieht es auf jeden Fall sehr geil aus. Danke. Lol. Ich war voll verwirrt. Ich war links und rechts und dann war ich einfach sehr schön. Lol. Ok, alles klar. Kling eigentlich auch reif. Ist man mit dem Tron-Bike schneller, wenn man Wheelie zieht? Man ist mit jedem Bike schneller, wenn man Wheelie zieht. Komm schon, fahr mal nochmal. Ja, Tron-Bike ist ja jetzt auch nicht wirklich normal. Mieser. Ich hab nichts gemacht. Du pimmeliger Kleiner, du hast vorher geschossen, du Muschikopf. Ja, genau. Weil ich war mein Hinterreifen kaputt. Ja. Ja, ich bin mit dem Hinterreifen weggerutscht. Ja. Schade, dass diese Linien dahinter nicht kommen. Wie in, ne? Dieser scheiß Todesmodus. Gerade eigentlich, ja. Sehr cool. Also, Igno, freu dich schon mal. Auch ich. Gehen Tag. Wenn du mich nochmal siehst, bist du sowas von tot. Ok. Würde noch nicht vorkommen. Ich muss ehrlich sagen, die Map ist echt cool gemacht. Die ist sehr schön auf jeden Fall. Ja, die mag ich. Die ist echt schön gemacht. Johnny, wo bleibst du? Ich bin hier. Hey. Wo ist hier? Verdammter Wichser, Johnny. Verdammter fucking Wichser. Ja, ne? Scheiße, wa? Ja, nur dass ich das nicht war. Ja, egal. Du bist vor mir, das reicht. Ich, du musst da vorne, den krieg ich auch noch. Ey, Schwanz-Tactics, ne? Vom allerfeinsten. Komm, Schwanz-Tactics kommt jetzt mal. Vom gegen jemanden, der sich nicht wehren kann, weißt? Mit einer normalen Pistole. Und tschüss, Bolleck. Ins kalte Wasser. Nö. Du Lacka, Alter. Ich hab die Explosion bis hierhin gehört. Wow. Oh. Ok, cool. Jihah. Wow. Wie geil ist das denn? Pip ist geil. Das gibt auf jeden Fall mega geile Bewertungen. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Apropos Daumen nach oben. Lass den bei Johnny nicht dafür seine Scheiß-Kill-Aktion. Seid froh, dass du früher noch nicht dabei warst. War schon schlimmer. Außer sei froh, dass es nur sowas ist. Hey, Johnny. Auf wieder da. Oh, ja. Auf jeden Fall. Er hat mich schon wieder den Scheiß-Hinterreifen weggemacht, ne? Du mir auch. Haut euch gegenseitig auf die Schnauze, dann komme ich von hinten und knalle euch beide. Ok. Ich freu mich drauf. Jaja. Jaaaa. Mach es, Kollege. Wenn ich dich immer an diese Scheiß-Wand ankleben würde, dann würde ich auch dran kommen. Aber ich werde letzter. Ach, das ist noch nicht gesagt. Also willst du irgendwo noch richtig vergewaltigen? Nein, ich tue es bereits. Oh. Ja. Darf ich zu gucken? Du wirst auch noch abkriegen. Oh, siehste. Schwanz. 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 crying Schwanz-ku. Höööö. Hööööö. Höööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö. Neenein. Un-みmmmmmmmm-enn- attendees- und знатьzott, ob du eine weitere orders-meen sind Praise-Klane-ze In chrono-Klan-ze Ja, sei froh, dass ich noch keine hab, Kollege. Geht dir richtig einer ab, weil wenn du sowas abkriegst. Und die nächste gesehen. Ja, da fahrst du dann auch. Bin schön vom Bike abgeschmiert. Aber hey. Ab dafür. Wie sehr es schadenfroh am Anfang sind und jetzt auf einmal voll die Stille herrscht. Ach, herrlich. Ja gut, ich mein, wir benutzen Waffen, du benutzt Sprenglader und so, hey, wow. Aber nur welche, die keinen Skill erfordern. Ach, richtig Spaß. Wuhu. Ja, ne? Wenn man anders nicht kann, so, ne? Geht nicht anders. Ich mein, wenn ich schieße, dann... Ja, du kannst nicht anders. Hattest du ja genau das? Es geht nicht anders bei dir. Ich nur sheetet aber, wenn ich schieße. Er rammt mich, sodass ich im Endeffekt wegfliege aus der Bahn daraus. Ja, ich weh mich halt. Er wehrt sich. Und das mit probaten Mitteln und nicht mit Annäherungen, die Ultra null Skill erfordern. Oh, lol. Nach diesem Boostunnel da kommt direkt das Ziel. Da fliegt ihr so schnell rein, das könnt ihr gar nicht sehen. Also passt auf, als ihr nicht direkt hintereinander seid. Ja, klar. Als wenn ich direkt hinter euch irgendwann mal fahren könnte, in näherer Zukunft. Ja, noch bist du vor, Ikno. Ja. Loll. Äh, nicht wirklich. Bin dritter? Oh ne, stimmt. Aha. Loll. Da konnte ich nicht bremsen. Ja, sag ich ja. Ja, konntest du nicht mehr früh genug rausziehen? Nö. Selbst rausziehen? Na! Was machst du denn? Egal, das klappt. Krass, wie hast du das denn denn gekriegt? Ja, ich hab einen echten Talent dafür. Okay, es wird nix. Gas, Gas, Gas. Durch, durch, durch. Hochstarter, Hochstarter, Hochstarter. Nein, brauchst du nicht. Mach einfach Gas. 4, 3, 2. Ah, schade. Da bringt auch der Brustix mehr. Halbe Sekunde vom Ziel. Ich hätt nicht gegen die Wand knallen dürfen mit dem Kopf, aber egal. Jetzt ist es auf jeden Fall geschafft. Jo, schade, schade. Aber was soll's, das war die erste, jetzt kommt die zweite. Bleib dran. Bis gleich. Oh man. Oh man. Und herzlich willkommen zur Runde 2. Ja, das war doch mal... Ich hab gerade noch gerettet. Gerade noch gerettet. Ja. Ja. Ist ja Runde 2, ne? Also... Ja, der muss direkt Vollgas geben, ja? Nice. Danke. Ja, ich bin hier. Ja! Oh oh. Nicht gut. Und tschüss. Scheiße. Heißkalt über den Scheiß hier rüber geflogen, ey. Sehr gut. Selbst Paul, ich hab mich eingeholt. Scheiße. Verdammt. Wo muss ich hin? Ach, der winkt immer nur noch vorne. Ich möchte mich ja ungern wiederholen, aber... Ja, Mann, ja, Mann. Sehr gut. Achso. Nein. Ah, na toll. Nein. Ja, Mann! Oh, Junge. Oh! Was zum... Lord, ich bin weg vom Fenster. Ich auch. Ach, shit, Junge, shit. Baum. Alter, zwei Bäume. Oh ne Scheiß, bin richtiger Baumagnet, ne? Wie ich das hasse. Loll. War ne nette Bremse gerade auf jeden Fall. Oh je. Hallo. Aua, 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 aua. Oha. Ah, ich bin dran vorbei. Ja, ich auch. Fuck! Scheiße! Loll. Achso, ihr seid am zweiten vorbei. Ja, fickt euch hart. Ja. Ja. Pick dich! Ah, Bastard! Vom Checkpoint, Alter! Ja. I'm a dirty-minded genius. Hiha! Hey, Mann. Vor dem Checkpoint ist Aziz. Ja, groß Aziz ist Annäherungsbeam, aber dein Lebenspartner zieht hier auch gerne voll durch. Lebenspartner? Ich bin nicht mein Lebenspartner. Ja, Lebensabschnittsgefährte, keine Ahnung. Das war schon er. Oh mein Gott, ey. Das sagt schon gar nichts mehr, der ist schon... ...in dieser Session geschädigt fürs Leben, der arme Kerl. Ja, verständlich, oder? Nö. Ich bin nö. Ich bin meine Sprüche angebracht. Und, ja. Oh, zum Fick! Nein, 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 nein! Bebele, 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 bebele. Oh, oh. Bebele might have fucked up, aber nein, Bebele kann sich retten. Aha. Aha. Yo, dankeschön. Keinen Punkt für Bebele. Viel Spaß, Ignor. Oh mein Gott, ja. Keinen Punkt für Bebele. Ach, come on, man. Warum muss ich an sowas wieder die Scheiße verköcken? Oh, oh, Ficken! Ey, warum fick ich den Punkt nicht, Leute? Warum, was ist da mein Problem? Ach, scheiße. Wahrscheinlich zwar wieder oben. Ich bin auf den zweiten. Du bist ein erster. Verdammt, ich hab's geahnt, ey. Eine kleine Scheiße, aber ich bin runtergefallen. Was? Warum lag das von meinem Motorrad? Das war das letzte wieder aufgehoben. Geil. Wie? Ach, ja. Ich geh keinem gut. Ich war Crossfascher, äh, Crossfascher, ne. Crossmaschinen fahren. Crossfascher! Crossmaschinen fahren. Ja, ich flieg irgendwie immer zurück. Ja, ich flieg zumal, Alex! Ah, nicht unter die Platte! So viel gebremst. Oh, come on, man. Dieses Spiel geht mir so hart auf den Keks, ne? Warum? Ach, scheiße! Ich bin gebremst. Warum könnte der Typ die Punkte nicht so platzieren, dass man die kriegt, egal wie man durchzischelt? Aber nein! Ey! Das wär ja einfach, dann wolltest du ja nur noch fahren. Ja. Das wär ja scheiße. Man soll ja auch ein bisschen anstrengender so reinlähnen, ne? Aber wenn ich nur gerade eben nicht diese Reaktion gebracht hätte, ne? Mit scheiße! Dann hätt ich nicht abgebremst und wär garantiert auch rüber geflogen. Oh! Ja, find ich auch. Toll! Ich sag am besten gar nix mehr! So! Oh Backe, ich verkack's total. Jawoll! Schöne Anerbissplatte vorbei! Ach, toll, ist ja schon zweite Runde. Kennst du eh schon alles. Meh! Meh! Aber eine sehr schöne Schöne Oh mein Gott, ich hab den Checkpoint, what the fuck? Relativ angenehm, ja Ähm, fangt doch bitte an, euch abzuschießen, damit ich auch noch ne Chance hab, was von vorne zu sehen Warum? Ja, Igno, du holst jetzt auf, ne? Ich krieg mein verficktes, glaub ich, weniger, weil ich hänge grad am Berg Ey, das geht mir so hart auf den Sack, ne? Ich durfte jetzt gerade 5 Minuten um mein scheiß Motorrad rumlaufen, ne? Und du hast mich 5 Minuten Ja, aber lange Dann geht die Folge gerade mal Ja und? Donnie, sie schwören mein Eide Oh mein Gott, maaaann Nein, nein, nein Oh, hallo rund Oh I'm a new Da geh ich doch, er hat mich Oh scheiße Ihr habt ja den Spaß eures Lebens Ja Und ich muss hinterher Nein Ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann Immer wieder ein Erlebnis, ne? Ach, Igno fliegt sowieso raus dahin wieder I'm so fucking first Hörster Höhö Oh Mann Ja, das ist, alter Ich gerade einfach mal gegen die Fahrbahn gefahren bin und nicht normal mit der Fahrbahn Und trotzdem noch fahren konnte ich wieder vernünftig Ja, ich wäre kack's viel zu hardcore Warum machst du denn das? Oh, huch Ja, ich hätte es mir auch anders gewünscht, aber Oh, ich liebe es, wenn man die Kamera nicht bewegen kann, ne? Ja, mega geil Ja, natürlich Fliegt noch weiter Ist ja nur das Weinburtzeichen, Alter 500 Kilometer durch die Luft geballert Geil Oh, ich hab schon mal nicht gekriegt Oh, mein Gott, Alter Ja, Mann Welchen hast du nicht gekriegt? Frag ich dir nicht Ah, ich seh schon Und wieder nicht Alter Why are you so fucking mad? Haha, ich hab ihn Haha Ach, nö, ist klar Haha, Johnny ist so gut Na Das ist Rockstar Games, Alter Ich nehme mich vollidio Oh, ich hab ihn Oh Rockstar Games, Ubisoft Ja, Johnny weiß, wie die tippen Hahaha So Oh, ich hab ihn wieder nicht Mann, halt doch die Fresse Haha Ey, Cockstar Games, Mann Ich bin First Star Cockstar Army Hahaha Titel Erfolge ist schon bestimmt Ach, Mann Warum droppe ich dir immer die Titel eigentlich? Warum nimmst du immer das, was ich sage? Nicht immer, aber häufig, ja Ja, wir nehmen auch nicht immer auf Ja, und wie oft nehmen wir zusammen auf? Wow, so 50 Mal in der Woche, genau Haha 50 Mal im Monat Ja, klar Kommt gar nicht hin Ich hab nicht mal 200 Videos auf dem Kanal Und wir zocken schon monatelang zusammen Ja, die Rationon geht nicht ganz auf, my friend Dann halt 5 Mal die Woche maximal Ich wollte bremsen, ich konnte nicht bremsen Ich habe den Punkt nicht Boah, gerade noch so den Punkt bekommen Das war ein Ding von Millimetern So wie Johnny's Penis Boah, knappes Ding Igno sagt gar nichts mehr Der lässt sich nur noch rollen Achso LOL Ist er noch da? Ja, ist er Oh, wow Was war das, Igno? Das war Rockstar Games Ja, warum hast du das, diese Macht, die Macht so Fuck, beam Hochstarter, voll durchziehen Jo, 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 jo Warum bist du so langsam? Ist doch eh noch Zeit Muss ich auf Bolleck warten Was zum Fick? Du bist so genius, Mann Haha Oh mein Gott, ey Hammer Bolleck ist über die Sitter Ey, was zum Fick? Hahaha Alter Ich hab 9 Titel für die Folge Kokstar Army war so gut Ja, der ist auf jeden Fall gut Aber Igno wird von Rockstar getrollt Das ist besser Ah, warum fliege ich schon wieder am gleichen Spot raus Als hätte ich es nicht gelernt Achtung, das Ziel ist da Nein õinnen Na 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 Ich glaub gerade nicht sehe welche Checkpoints du als nächstes hast Whoa, da ist er ja schon Goal Wozu denn hin? Hahaha Lass doch gerade nur das kleine Runde-Manneken N DAC�ר νο Ritzig Er läuft! Oh! Ernst? Das Ding ist doch eh gegessen. Er läuft! Mal weiter! Oh, schade! Ich hab's echt erwartet. Echt, du bist drüber geflogen? Dann vorbei. Toll. Zum Beispiel töntest du dich selber und kommst nicht mehr ins Ziel. Ja. Wenn das Ding explodiert, bist du tot. You don't say. Du hast jetzt nicht wirklich gefeilt, oder? Doch. Also nein, ich hab's geschafft. Aber eigentlich war es schon Null. Und lange. Oh Mann, ey. Ja, ich mach's mal wieder spannend. Das war ne schöne Folge, ne schöne Runde. Bis auf die paar Sachen. Aber ist egal. Ich hoffe auf euch ganz gefallen. Auf jeden Fall ein Däubchen da lassen, wäre super nice. Kostet nix. Außer, dass es positives Feedback ist. Was uns natürlich motiviert. Und anspornst du. Halt's Maul, ansporn! Dann guckt ihr in die Videobeschreibung. Alle Links sind da, die ihr braucht. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Ciao, ciao! 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 Ciao, ciao!